Okay, wir haben ein Huizir, ein Agavir und ein Geleilon, ich glaube, du musst dich leider nehmen, weil ich Geilon gelesen habe und das fand ich jetzt wahnsinnig lustig. Äh, Schorsch, okay, wir gehen jetzt mit dem wahnsinnig epischen Namen, Schorsch, der geile Schorsch. Ich habe die Stimme schon wieder vergessen, ich habe jetzt nicht mit diesem EIN gerechnet. Kann ich die kaputt machen? Ja. Äh? Das hört sich ein bisschen an wie... Ja, geile Schorsch, der männlichste Mann in Babylon wird euch alle zerquetschen. Hat jetzt eigentlich schon irgendjemand erklärt, warum wir Wächter sind, was Wächter machen und was wir hier tun? Warum wir da sind? Wer wir sind? Nö, okay. Mächter Novize. Was heißt das? Ich habe keine Gegenstände erhalten. Dankeschön, dass sie mir das nochmal so extra mitgeteilt hat. Das war wichtig. Nicht angenommene Gegenstände beim Posteinkommen. Ja, die werden auch niemals angenommen werden. Blinkt das jetzt die ganze Zeit? Okay, wir nehmen sie vielleicht doch an. Wie kann man sie denn annehmen? Hallo? Huch! Hoppala. Jetzt habe ich meine Waffen da. Jetzt sind meine Waffen wieder weg. M... I... J... Tapp. Nee. Steuerung? Nee. Alt? P? Hallo, Lion! Nochmal. Hi! Wie kommen wir denn in den scheiß Posteingang? K? L? Eins? Das ist der Kampfpass. Ja, okay. Eins. Belohnungen annehmen. Ist doch eins. F. Keine Belohnung hältlich. Wie ist denn das Game eigentlich? Aktuell sind wir nicht happy drüber. Und ich bin gar noch weniger happy drüber, dass das blöde Ding jetzt die ganze Zeit da blinken wird. Hello there. Oh, guck mal da. Es gibt mir eh nix. Euer scheiß Happ ist Kacke. Es blinkt. Durch die geisterhaften Verbindungen, die aus deinem Gideon-Sack kommen, kannst du mit deiner Umwelt... Umwelt... Eigentlich ist es mir völlig egal. Ich habe keine Maus. Ich habe in der Saat keine Maus. Aber bei den Trailern, die ich gesehen habe, habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Das ist ja traumhaft. Geht er auch dahin, wo wir waren? Wo es nicht weiter geht. Dann versucht er das gleiche was... Watt? Wollt ihr mich verarschen? Ne. Ach! Kind chefIO А ficou level stopped for free... Kack spiel. Das war vorher nicht dort. Ihr habt das ja selber gesehen. Das war vorher nicht dort. Ich habe das Ding einge... Mach mal den Staub hier weg! Ich war Tradeiser Grieche... Vorhin auf das Ding eingeprügelt und es stand da nicht. Kack spiel! So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017